Uttana Prishthasana, die Stellung der Eidechse, auch genannt die ausgedehnte Eidechse oder auch die ausgestreckte Sprinterposition. Bishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Sprinter. Du kannst Uttana Prishthasana zum Beispiel auch aus dem Sonnengruß heraus machen oder am Ende der Rück beugen. Aus dem Sprinter herauskommend gibst du die Ellbogen auf den Boden und zwar an der beider Ellbogen an die Innenseite des Fußes. Jetzt gibt es zwei Variationen. Die eine ist der aktive Eidechse. Dabei hebst du auch den Kopf nach oben. Du bist auf den Zehenspitzen und auch das Knie bleibt oberhalb vom Boden. Das ist also Variation 1. Diese stärkt auch den Oberschenkelmuskel und aktiviert. Zweite Variation ist die mehr meditative Eidechse. Du senkst das Knie, streckst auch die Zehen nach hinten aus und gibst den Kopf zwischen die Unterarme auf den Boden. Diese Uttana Prishthasana hilft, die Hüftflexibilität stark zu entwickeln. Es ist eine gute Übung auch, um die Spagatflexibilität zu bekommen und entwickelt auch die Flexibilität, die du brauchst, um irgendwann die Füße hinter den Kopf zu bringen. Uttana Prishthasana gehört zu den Hüftöffnen und hilft Muladhara und Svadhishtana Chakra zu aktivieren und auch Spannungen im Beckenraum loszuwerden. Vom Sanskrit her bedeutet Uttana das Aufstehen und das Aufrichten oder auch die intensive Dehnung. Prishthasana heißt Rücken, Rückseite und so könnte man auch sagen, das ist die Stellung der Dehnung des Rückens. Eigentlich müsste Uttana Prishthasana geschrieben werden mit Uttana ohne H, das mehr etwas mit intensiver Dehnung des Rückens zu tun hat. Man könnte aber auch sagen, das hat etwas mit Aufrichten zu tun. Wir finden manchmal Uttana Prishthasana mit H nach dem T geschrieben und manchmal auch ohne. Korrekt ist aber ohne H nach dem T. Mehr Informationen über andere Variationen von Prishthasana und vielen anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de !